Die Situationen sind gefallen, doch ihr habt überlebt und seid siegreich hervorgegangen. Die Welt wird sich lange an euren glorreichen Sieg erinnern. Alter, wir haben es geschafft. We've got it, we've got it, we've got it. Shit, man, jetzt hab ich's vergessen. Ja, ähm, egal. Schön, oder? Wir speichern jetzt. Digga, halt einfach, halt einfach, halt einfach. So, ähm. Äh, ja, das war jetzt, ja. Musik-Typ Herrschaft gewonnen. Ja, also, ähm. Es war doch recht knapp, ich hab noch zwei Atombomben verbraucht. Hier seht ihr die komplette Zerstörung, hier alles. Ich bin irgendwie ein bisschen stolz auf mich. Weil ich's endlich geschafft hab, vor dem, äh, weil ich dachte, ja gut, wird eh 2050. Nein. Wir haben's tatsächlich nicht geschafft, ey. Also, es ist echt das erste Mal von zwei versuchen. Ja. Wir haben's sogar geschafft, Atombomben aufzufangen. Schön. Ähm, ich hoffe, diese Staffel hat euch gefallen. Ähm. Ja. Weiß nicht. Keine Ahnung, was euch das noch sagen. Also, äh, ja. Dann, bis zum nächsten Spiel, was wohl nicht sein wird. Ja, dann, ciao. Mal. Ja. 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 Och case. Ja. war weiße schön war noch mal und zwar zu schön weil zu schön bei jungs jungs weil zu schön war so ist nun Bombo sorry dann jetzt noch mal richtig bei diesem Schlachtfeld ciao